So, herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zu unserem nächsten Kursteil in unserer Lehrveranstaltung Recht in Medienunternehmen. Wir befinden uns jetzt im letzten inhaltlich großen Lehrblock, nämlich dem Urheberrecht mit vielleicht einem kleinen Nachklapp noch zum Markenrecht, je nachdem wie viel Zeit noch bleibt. Aber im Mittelpunkt soll jetzt das Urheberrecht stehen, das ja insgesamt im medienrechtlichen Bereich eine praktisch sehr große Bedeutung hat und eine große Rolle spielt und auch eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Deshalb werden wir hier auch mehrere Screencasts machen und uns versuchen, das zu systematisieren, Schritt für Schritt das Urheberrecht zu erklären. Der erste Schritt hierfür wird jetzt heute sein, erstmal einen Überblick, einen groben Überblick über das Urheberrecht, über die Funktionsweise und die Systematik des Urheberrechts zu gewinnen. Dazu haben wir eine große Übersichtsslide uns mal anzuschauen heute und danach vielleicht uns anhand von kleinen Fällen so ein bisschen schon mal die Frage zu stellen, wie löse ich das? Also um unser Judiz im Urheberrecht so ein bisschen zu schärfen, um vielleicht auch für Sie als Gelegenheit mal abzugleichen, was ist Ihr eigenes Judiz, was ist Ihr Rechtsempfinden, wie soll das ausgehen und ich versuche vielleicht auch schon mal im Vorgriff auf die ausführlichen Screencasts am Ende dann bereits Ihnen schon mal einen Fingerzeig zu geben, wie diese Fälle ausgehen. Ich habe mich dafür entschieden, auch um Ihnen schon mal so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wie vielleicht die Prüfungsleistung aussehen wird. Die kann dann auch durchaus so gestaltet sein, dass wir im Rahmen einer Klausur oder im Rahmen einer Hausarbeit solche kleinen Fälle haben, die ich Ihnen stelle und Sie versuchen, die dann möglichst mit dem Erlernten aus dieser Lehrveranstaltung diese zu beantworten. Also zunächst mal ein Überblick über das, was uns in den nächsten Screencasts jetzt erwartet. Also heute in diesem Screencast erstmal ein Überblick über die Systematik des Urheberrechts. Dann schauen wir uns an, was sind denn geschützte Werke? Das ist sozusagen so ein bisschen die Eintrittskarte ins Urheberrecht. Erst dann, wenn Sie ein Werk haben, haben Sie in der Regel Urheberrechtsschutz, es sei denn, es gibt leistungsgleiche Schutzrechte, wie zum Beispiel das Lichtbild, dazu gleich mehr. Dann schauen wir uns an, was sind denn typische Verwertungsrechte des Urhebers? Also welche Handlungen, die ich mit so einem Ding, so einem Werk machen kann, sind denn Urheberrechtsrelevant, das ist aber nur ganz, ganz rudimentär im Überblick. Wir machen ja kein Jurastudium hier für Sie, sondern es soll ja Ihnen nur sozusagen eine gewisse Sensibilisierung geben. Deshalb, das ist ganz überblickshaft und auf, sagen wir mal, mittlerem Niveau. Dann die Nutzungsrechte, insbesondere Nutzungsrechtevereinbarung, so ein bisschen Überblick über Lizenzierungen, was ist da möglich bei der Lizenz-Einräumung, wie kann das differenziert werden? Vielleicht auch noch ein Wort zu den Creative Commons Lizenzen, die ja im Internet sich großer Beliebtheit erfreuen als Lizenzierungsmodell. Dann als nächster Punkt Schranken des Urheberrechts, dazu vielleicht gleich noch ein Wort mehr, was das ist. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle, die nach einer Reform von Heiko Maas im März 2019, glaube ich, zu einer noch größeren Bedeutung, gerade für uns hier im Lehr- und Unterrichtsbereich, bedeutet hat. Also dazu schauen wir uns dann auch die einzelnen Normen an und machen vielleicht auch Beispielsfälle. Dann als etwas vielleicht ausführlicher besprochenen Beispielsfall, dann würde ich ganz gerne den sogenannten TV-Totalfall des BGH mit Ihnen besprechen. Das ist einfach ein sehr gutes Repetitorium, wo man am Ende die einzelnen Urheberrechtspunkte nochmal gut durchsubsumieren, nochmal durchdeklinieren können, um dann am Ende sozusagen so als gewisse Leistungskontrolle überprüfen zu können, ob wir das alles verstanden haben, was wir uns in den Screencasts zuvor angeschaut haben. Dann nochmal vielleicht ganz knapp zur Störerhaftung. Hier habe ich ja bereits zur Internetverantwortlichkeit ein Screencast gemacht. Das heißt, das kann auch sein, dass wir uns das ein bisschen sparen jetzt im Rahmen der urheberrechtlichen Screencasts. Und dann wahrscheinlich im Schlussakt dieser Lehrveranstaltung am Ende so einen ganz groben Überblick über das Markenrecht. Das Markenrecht ist immer zu unterscheiden vom Urheberrecht. Es gibt im deutschen Recht kein Alleskönner, der alle Formen von Rechten und von Schöpfungen schützt, sondern es ist differenziert in verschiedene Bereiche. Also einmal, wenn Sie eine Marke kreiert haben, haben wir meistens einen Vorrang des Markenrechts. Gleichzeitig kann das Urheberrecht aber schon auch eine Rolle spielen. Und dann wird das Ganze nochmal für Geschmacksmuster, für Gebrauchsmuster, für sonstige Kreation überlagert durch das sogenannte Designrecht. Das würde auch den Rahmen dieses Kurses sprengen, hier das alles in Detail zu besprechen, weil es in der Komplexität glaube ich jetzt für Sie nicht gebraucht wird. Wenn Sie später mal im Bereich der Marken kreativ tätig werden, dann gilt es so ein paar Do's und Don'ts zu beachten, vielleicht vorher eine Markenrecherche zu machen und einen Abgleich. Das könnte ich Ihnen dann vielleicht ganz überblickshaft am Ende nochmal in einem eigenen Screencast darlegen. Aber so das jetzt erstmal als Roadmap für den Schlussakkord im Rahmen dieser Lehrveranstaltung, dem vierten inhaltlichen Block. Und ich möchte jetzt, wie schon mehrfach angekündigt, heute Ihnen erstmal in einer Slide so eine Übersicht geben über die Gesamtheit, natürlich auch simplifiziert, das Urheberrecht, wie das so in der Regel funktioniert und wie Sie eigentlich jeden einzelnen Fall urheberrechtlich durchprüfen können. Natürlich von Feinheiten abgesehen, die jetzt hier nicht abgebildet werden. Gut, fangen wir erstmal mit dem Einstieg in den Anwendungsbereich des Urheberrechts an. Also wann komme ich überhaupt nur ins Urheberrecht rein? Und da kann man faustformelartig sagen, ins Urheberrecht komme ich nur dann rein, wenn dieses Ding, was ich geschaffen habe, was ich nutzen will, was ich kopieren will, was ich anderen im Internet zugänglich machen will, wenn dieses Ding ein sogenanntes Werk ist oder eine sonstige schutzfähige Leistung. Ein Werk oder eine sonstige schutzfähige Leistung. Wenn es keines von beiden ist, dann ist auch am Ende keine Schöpfungshöhe da und damit auch kein Urheberrechtsschutz gegeben. Also ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich mache jetzt hier sozusagen live während dieses Screencasts, den, wenn Sie ihn anschauen, er natürlich nicht mal live ist, eine Kreation und wir können dann uns gleich mal unterhalten, ob das Ihrer Auffassung nach Urheberrechtsschutz hat. Ich halte das mal in die Kamera. Ich hoffe, man sieht es hier so ein bisschen. Das habe ich jetzt gerade eben geschaffen. Das habe ich jetzt gerade kreiert. Und die Frage, die wir uns jetzt hier eingangs mal stellen, würden Sie sagen, daran habe ich jetzt schon ein Urheberrecht begründet. Das heißt, ich kann zum Beispiel verhindern, dass jemand anders dieses Strichmännchen, das Gemalte kopiert und dann wieder weiter verbreitet oder vielleicht sogar es auch abmalt. Habe ich darauf einen Urheberrechtsanspruch? Könnte ich verhindern, dass jemand anders da drin ringkitzelt hier in diesem und durch Kritzeleien das dann verunstaltet? Hätte ich dann einen Urheberpersönlichkeitsrechtsanspruch? Das könnte man sich jetzt zunächst mal fragen. Und erst mal würden Sie wahrscheinlich sagen, naja, das lösen wir mit einem der drei oberbayerischen Rechtsgrundsätze, nämlich dem Grundsatz, da könnte ja jeder kommen. Aber wir müssen es natürlich für das Urheberrecht so ein bisschen verfeinern noch weiter. Und da würde man vielleicht gleich sagen, naja, so richtig eigentümlich und besonders Schaffenskraft drückt jetzt dieses Strichmännchen eigentlich nicht aus. Das wollen wir noch nicht urheberrechtlich schützen. Und genau wenn Sie es mit so einer Judizantwort versuchen einzuordnen, dann so vielleicht etwas rechtsleihenhaften, dann sind Sie eigentlich schon im Grunde auf der richtigen Spur. Dass wir nämlich sagen, wenn wir sagen, das Urheberrecht soll nur Werke schützen und nicht jede hingekritzelte Kreation, dann verlangen wir schon eine gewisse Höhe in der Schöpfung, ein gewisses Niveau in der Schöpfung. Und genau das drückt dieser Begriff des Werks aus. Nicht alles hat Werkeigenschaften, nicht alles, was geschaffen ist, sondern erst wenn wir ein bestimmtes Niveau, eine bestimmte Schöpfungshöhe erreichen, dann überschreiten wir die Schwelle hin zum Urheberrechtsschutz. Dann kommen wir rein. Daneben als zweites sehen Sie jetzt hier die sonstigen schutzfähigen Leistungen. Da anerkennt das Urheberrecht, dass es bestimmte Kreationen oder Schaffensprodukte gibt, die wir auch unter Urheberrechtsschutz stellen wollen, obwohl sie keine geistige Schöpfungshöhe haben. Also da sagt man, daneben gewähren wir hier trotzdem Urheberrechtsschutz, trotz fehlender geistiger Schöpfungshöhe. Und das Hauptbeispiel hier ist ein Foto, ein Lichtbild. Ja, wenn Sie einfach etwas fotografieren und Sie drücken auf den Auslöser, dann geht damit jetzt keine übermäßig große Schöpfungskraft einher. Es wird sogar weniger sein, als jetzt hier bei dem von mir gezeichneten Strichmännchen. Und trotzdem sagt hier das Urheberrecht, wenn wir das vorher definieren, dass es hier trotzdem einen Urheberrechtsschutz geben soll, dann ist das so ungeachtet der Werkeigenschaft. Und das Hauptbeispiel, das ich gerade genannt hat, ist das Lichtbild. Nur das schon mal sozusagen so im Hinterkopf behalten. Wir machen das ja gleich noch ausführlicher. Nur jetzt geht es erst mal darum, in dieser einen Slide so einen Überblick zu gewinnen über das Urheberrecht. Wenn es kein Werk ist und auch sonst keine schutzfähige Leistung, dann ist die Nutzung frei. Bedeutet hier, also jetzt nochmal vielleicht gewendet hier mit meinem Strichmännchen. Das Strichmännchen darf jeder abfotografieren, ohne sich urheberrechtlich haftbar zu machen. Das ist jetzt sozusagen die Folge hier. So, jetzt gibt es noch einen zweiten Punkt, den ich hier herausgegriffen habe, wann eine Nutzung denn noch frei ist. Und da sagt das Urhebergesetz, eine Nutzung ist auch dann frei, wenn es sich zwar um ein Werk handelt, aber wenn es sich um ein amtliches Werk handelt oder die Schutzdauer abgelaufen ist. Nun, ein amtliches Werk, da ist sozusagen so ein bisschen der Hintergedanke, auch das ursprüngliche gewesen. Also etwas, wenn etwas sozusagen mit Steuergeldern geschaffen wird und wir ja alle sozusagen in einem demokratischen Rechtsstaat dann auch partizipieren an dem, was daraus geschaffen wird vom Staat, weil wir ja alle ja im Grunde der Staat sind, also aus der Demokratie, demos gratos, also das Volk, die Kraft, dann sollen wir auch an den Schaffensprodukten aus der Amtlichkeit profitieren können, dass es dann frei ist, allgemein frei. Und das umfasst dann bei amtlichen Werken zum Beispiel Gesetze oder auch Urteilstexte, die können Sie im Grunde frei benutzen. Und zweitens, wenn die Schutzdauer des Werks abgelaufen ist. Das heißt, wenn jetzt ein Werk geschaffen worden ist und der Künstler konnte das versilbern, indem er die Verwertungsrechte dann an den Verlag geben konnte und dann ist er gestorben und auch seine Söhne und Töchter und auch die Enkel können davon noch wirtschaftlich partizipieren, dann sagt das Gesetz, irgendwann ist dann Schluss. Also irgendwann überwiegt das Interesse der Allgemeinheit auch mal ein Kulturgut nutzen zu dürfen, frei ab einer bestimmten Zeit, überwiegt dem Interesse des Urhebers und seiner Nachkommen, das wirtschaftlich verwerten zu dürfen. Das ist sozusagen so ein bisschen die Abgrenzung. Und diese Schutzdauer, die wird so festgelegt auf 70 Jahre nach Tod des Urheberrechtserstellers, also des Schöpfers, 70 Jahre nach Tod wird ein Werk auch gemein frei und man kann es nutzen. Also zum Beispiel können Sie Goethe-Gedichte selbstverständlich frei im Internet rezitieren und abdrucken, da werden Sie jetzt nicht von den möglicherweise noch feststellbaren Nachkommen aus der Goethe-Familie dann mit Abmahnungen überzogen. Was anderes ist aber jetzt zum Beispiel bei der Familie von Hermann Hesse, der ist ja noch nicht 70 Jahre tot, also da müssen Sie dann nach wie vor, also wenn Sie ein Hesse-Gedicht ins Internet stellen, immer noch damit rechnen, dafür urheberrechtlich abgemahnt zu werden. Ja, das liegt eben genau an dieser Schutzdauer von 70 Jahren nach Tod, 70 Jahren nach Tod des Autors, des Malers oder desjenigen des Künstlers, der das Werk geschaffen hat. Gut, dann gibt es für schutzfähige Leistungen gibt es abweichende Schutzfristen, also zum Beispiel für Lichtbilder, da geht man nicht nach dem Tod des Lichtbildners, weil ja gerade sozusagen hier die kreative Beziehung zu dem Produkt nicht so groß ist beim Lichtbildner, sondern da geht es dann nach dem Ersterscheinen, danach läuft dann sozusagen die Frist, die läuft dort 50 Jahre. Das können wir uns dann auch nochmal anschauen. Aber Sie sehen jetzt sehr schön an diesem Schutzdauerablauf, dass das Urheberrecht eigentlich in seiner Gesamtheit, und das ist glaube ich auch ganz wichtig nochmal hier beim Urheberrecht zu erwähnen, in seiner Gesamtheit eigentlich nichts anderes macht, als eine Abwägung anstellt oder eine Abwägung vornimmt. Einerseits zwischen dem Interesse des Künstlers, des Urhebers, der Urheberin mal auch etwas dafür zu verdienen, also mit dem was sie geschaffen. Der Künstler, die Künstlerin leben nicht von Luft und Liebe allein, sondern sie müssen sich auch refinanzieren können. Und das Urheberrecht schützt sie natürlich darin, dass sie das von ihnen Geschaffene auch selber versilbern und verwerten können und nicht einfach jemand Drittes kommt und das klaut und damit dann den Reibach macht. Davor soll das Urheberrecht einerseits schützen. Auf der anderen Seite steht aber das Interesse der Allgemeinheit, wie wir es gerade schon erwähnt haben, auch Kultur gut frei nutzen zu können. Es ist Teil sozusagen deshalb, was die Kultur einer Gesellschaft ja auch ausmacht, dass man einen gemeinsamen Schatz an Geschichten, an Gedichten, an Liedern hat. Und das ist ja dadurch, dass es ja auch sozusagen so eine kulturelle Bedeutung hat, auch wichtig, dass man sowas mal nutzen können darf, ohne gleich immer eine Lizenz kaufen zu müssen. Und das Urheberrecht macht im Grunde von der ersten bis zur letzten Norm nichts anderes als dieses Spannungsverhältnis der Interessen einerseits zwischen der Urheberschaft, damit Geld zu verdienen und andererseits der Allgemeinheit auch mal etwas nutzen zu dürfen an Kulturgut, ohne dafür zu zahlen, dieses Spannungsverhältnis zu regeln. Das ist eigentlich im Grunde die, ich würde sagen, die Kernnormierungsintention des Urheberrechts. Gut, also so, jetzt nochmal hier, soweit sind wir jetzt schon, wenn ein Werk vorliegt, Klammer auf, als Schöpfungshöhe erreicht wird oder eine sonstige schutzfähige Leistung, die besonders definiert sein muss, zum Beispiel Lichtbild, also Foto, dann bin ich im Urheberrecht drin. Liegt das nicht vor, dann ist die Nutzung frei. Die Nutzung ist auch dann frei, wenn es zwar ein Werk ist, aber es sich um ein amtliches Werk handelt, Klammer auf, zum Beispiel Gesetz oder Urteil, das Text, Klammer zu, oder die Schutzdauer abgelaufen ist, Klammer auf, 70 Jahre nach Tod des Urhebers. Bei mehreren Miturhebern, also bei mehreren, die ein Produkt geschaffen haben, kommt es auf den Tod des Letztversterbenden an. Dann fängt die Frist von 70 Jahren zu laufen. Das ist also erstmal der erste, der erste wichtige Prüfungsschritt. So, wenn es jetzt aber ein Werk ist und es ist kein amtliches Werk und die Schutzdauer ist nicht abgelaufen, dann sagt das Urheberrecht, ja, dann darf der Rechteinhaber, also in der Regel der Urheber, grundsätzlich die Nutzung kontrollieren. Grundsätzlich darf er die Nutzung des Werks oder der schutzfähigen Leistung grundsätzlich kontrollieren. So, Achtung, jetzt kommt eine kleine intellektuelle Kapriole. Sofern diese Nutzung in einem gesetzlich definierten Verwertungsrecht besteht. Das heißt, nicht jede Art der Nutzung ist einwilligungspflichtig beim Rechtsinhaber, beziehungsweise beim Urheber, sondern nur solche, die als Verwertungshandlung im Urhebergesetz auch definiert werden. Also zum Beispiel die Vervielfältigung oder das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung im Internet, wenn ich was ins Internet poste. Aber nicht jede Nutzung eines Werks ist einwilligungspflichtig. Nicht alles, was Sie mit einem Werk oder mit einem Werk Vervielfältigung machen können, unterliegt der Kontrolle des Rechtsinhabers. Also ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt in etwas Oldschool mäßig in den Mediamarkt gehen und holen sich dort die Lieblings-DVD Ihres Lieblingsfilms, also die, sagen wir mal, Dirty Dancing oder irgendein anderer Film, Independence Day, keine Ahnung. Und Sie nehmen den dann als Blu-Ray mit nach Hause, weil die Blu-Ray so günstig ist und kommen nach Hause. Dort ist Ihre Familie und sagt, so, jetzt möchte ich mit euch mal zusammen diesen Film noch mal anschauen und Sie haben zu Hause dann unter dem Fernseher tatsächlich auch noch so was Archaisches wie ein Blu-Ray-Player stehen. Dann legen Sie die DVD oder die Blu-Ray ein und sagen ja auch dann nicht, so, bevor wir jetzt auf Play drücken, müssen wir noch mal bei Paramount oder bei Universal Pictures kurz anrufen und fragen, ob wir jetzt auf Play drücken dürfen. Warum? Weil das Anschauen, die Wiedergabe sozusagen im Familienbereich bei sich keine gesetzliche Verwertungshandlung ist, die eben nicht der Nutzung des Rechteinhabers unterliegt. Dann müssen Sie es halt eben nicht anrufen. Ja, was anderes ist aber schon wieder dann, wenn Sie sagen, ja, ja, dieses Blu-Ray, die ich jetzt eingelegt habe, da will ich jetzt eine öffentliche Filmvorführung draus machen und ich lade im Prinzip alle aus dem Weihnachtsmann ein über Facebook, dass die zu mir in die Wohnung kommen und den Film schauen können. Unkostenbeitrag 50 Cent. Ja, das wäre schon wieder jetzt eine gesetzlich definierte Verwertungshandlung, nämlich eine öffentliche Wiedergabe. Die ist gesetzlich geregelt im Urhebergesetz und da brauche ich dann wieder die Einwilligung, da brauche ich eine Lizenz. Ja, also noch mal, wenn ein Werk vorliegt, das kein amtliches Werk ist, die Schutzdauer ist auch noch nicht abgelaufen, so kann der Rechteinhaber, Klammer auf, in der Regel der Urheber, die Urheberin, die Nutzung kontrollieren, wenn die Nutzung in einer Verwertungshandlung besteht, die gesetzlich definiert ist. Also zum Beispiel eine Vervielfältigungshandlung oder das ins Internet zu stellen, öffentliche zugänglich machen. So, jetzt nächster Schritt. Das kann der Rechteinhaber aber nur dann kontrollieren, wenn das Urhebergesetz nicht ausnahmsweise eine sogenannte Urheberrechtsschranke regelt, nach der Dritte das Werk trotzdem nutzen dürfen, zum Beispiel vervielfältigen dürfen oder ins Internet stellen dürfen, ohne dass sie eine Lizenz brauchen, eine Einwilligung. Ja, also das sind dann gesetzlich definierte Ausnahmen, wenn Sie so wollen, diese Urheberrechtsschranken, die sagen, naja, ausnahmsweise darf man für diesen oder jenen Zweck das Werk dann auch mal nutzen, ohne gleich dafür eine Lizenz kaufen zu müssen. Ja, also ein Beispiel ist zum Beispiel das Zitatrecht. Sie dürfen, auch im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit, dürfen Sie natürlich Fremdtexte übernehmen und zitieren. Ja, Klammer auf, hier beschränkt sich allerdings das Zitat nicht darin, dass man einfach nur die Quelle angibt. Ja, das ist ja nun durch mehrere Plagiatsaffären von Politikerinnen und Politikerinnen, denke ich, geläufig geworden, dass es nicht reicht, einfach nur eine Quelle anzugeben und damit im Grunde offen zu legen, woher man es geklaut hat. Das ist noch kein Zitat, ja, sondern entscheidend ist, dass Sie im Rahmen Ihrer eigenen geistigen schöpferischen Leistung sich auseinandersetzen mit dem, was Sie zitieren, die sogenannte Belegfunktion. Und wenn Sie das haben, dann sind Sie im Zitatrecht und das dürfen Sie dann auch. Da brauchen Sie keine Lizenz zu kaufen für die urheberrechtlich geschützten Texte, mit denen Sie arbeiten und die Sie wiedergeben im Rahmen Ihres eigenen Werks. Das wäre jetzt so eine Einschränkung, Zitatrecht. Oder wie bereits erwähnt, hat Heiko Maas ja durch das Urheberrechtswissenschaftsfreiheitsgesetz, heißt es glaube ich in der Kurzform, die Möglichkeiten für uns bei Unterricht und Lehre stark erweitert, dass wir jetzt zum Beispiel kleine Teile eines Buchs zu einer Lehrsammlung zusammenfassen können und das einem Kurs zur Verfügung stellen dürfen. Ja, das zum Beispiel beschränkt. Oder wir dürfen ins Intranet, also bei uns ins Digiboard, bestimmte Prozentsätze von einem Lehrbuch oder von einem, oder auch wenn es ein kleines, ein Werk geringen Umfangs ist, kann man das auch komplett dann ins Digiboard stellen. Allerdings nur für die Kursstärke, nur für diejenigen, die dann auch an der Lehrveranstaltung bestimmungsgemäß teilnehmen. Auch das wäre eine Urheberrechtsschranke und so gibt es eine ganze Reihe solcher Urheberrechtsschranken, die wir uns dann in Detail auch nochmal anschauen. Manche sind auch ganz wichtig im journalistischen Kontext, also bei der Berichterstattung über Tagesereignisse oder das Übernehmen von Rundfunkkommentaren, also § 49 und 50 Urhebergesetz. Und da schauen wir uns dann ein paar an und versuchen das, wie gesagt, am Ende dann vielleicht noch mal so ein bisschen zu subsummieren, wie war das jetzt eigentlich bei dem Format TV Total, das Sie vielleicht noch kennen mit Stefan Raab. Der hat das ja eigentlich ständig gemacht, dass er irgendwelche Rundfunksnippets aus anderen Sendungen anderer Sender übernommen hat, hat die in die Sendung integriert, wiedergegeben öffentlich in der Sendung und dann im Grunde sich darüber lustig gemacht. Reicht das? Ist das schon urheberrechtlich gedeckt? Ja, ist zum Beispiel ein Zitat von Stefan Raab gewesen. Das sind so Fragen, da können wir uns dann nochmal diesen Prüfungsablauf, so wie wir ihn hier sehen, uns dann nochmal vergegenwärtigen. So und jetzt kann man vereinfacht sagen, wenn so eine Ausnahme, so eine Urheberrechtsschranke nicht vorliegt, dann bleibt es dabei, lassen wir hier mal auch die Vergütungspflicht außen vor hier, dann bleibt es dabei, dass ich dann eine Lizenz vom Urheber oder vom Nutzungsrechteinhaber kaufen muss, kann. Also zum Beispiel der Verlag, der die Rechte hat, erworben hat, ja, dann muss ich von ihm eine Lizenz kaufen oder eine Unterlizenz, um überhaupt urheberrechtlich legal agieren zu können, also eine Vervielfältigung zu machen, das ins Internet zu stellen. So und diese, dieses Nutzungsrecht, das ist im Prinzip das Synonym für eine Lizenz, das kostet halt in der Regel was. Ausnahme, es gibt jetzt dieses Modell der Creative Commons Lizenzen, das ich vorhin schon erwähnt habe, dass sie halt dann hier mit der Creative Commons Lizenz dann auch unter Umständen kostenlos den Inhalt, das Werk, vervielfältigen und weiter verbreiten dürfen. Manchmal ist in diesen Creative Commons Lizenzen dann sozusagen noch eine Nebenbestimmung drin, die sogenannte By-Lizenz zum Beispiel. Sie müssen einfach dann den Namen des Urhebers nennen und das gucken wir uns dann aber auch an. Das sind dann die Feinheiten des Nutzungsrechts. So also das jetzt erstmal so als Prüfschema, mit dem man glaube ich erstmal ganz gut ins Urheberrecht reinkommt und sich auch überblickshaft so erstmal vergewissern kann, aha so funktioniert ungefähr also das Urheberrecht. Ja und dieser Aufbau folgt auch so ein bisschen der Systematik und der Chronologie der gesetzlichen Vorschriften im Urhebergesetz und sofern Sie sich das mal anschauen wollen, es gibt ja nun die Vorschriftensammlung des Urhebergesetzes auch frei abrufbar im Internet, dann können Sie sich immer hieran auch so ein bisschen orientieren. Gut, also jetzt wie schon angedeutet würde ich ganz gerne mit Ihnen auch, um jetzt erstmal Ihr Judiz zu testen an dieser Slide, die wir uns gerade angeschaut haben, ein paar Fällchen mit Ihnen besprechen. Also der erste Fall, der A, das ist auch so eine typische Sache, wie die Juristenausbildungen stattfinden, dass hier eigentlich in den Fällen dann keine Namen vergeben werden, sondern immer Buchstabe, also wenn Sie das stört, dann denken Sie sich einfach statt A den Anton. Der A lädt sich über ein Downloadportal und ein Sharehoster einen Kinofilm auf seinen Rechner, um ihn mit seiner Freundin privat anzuschauen und löscht ihn anschließend wieder. Ist das Urheberrechtswidrig oder nicht? Gut, also der A geht auf das glaube ich immer noch verfügbare Downloadportal Kino XTO und findet dort einen Film, der noch nicht mal im Kino angelaufen ist, also eine Raubkopie und lädt die sich runter über einen sogenannten Link Referrer kommt er dann auf den Sharehoster und der stellt dann verschiedene sogenannte RAR-Dateien zur Verfügung. Die können Sie alle physisch runterladen auf Ihren Rechner und können die dann dort wieder zusammenpacken und haben dann Ihren Film physisch auf dem Rechner. Und jetzt ist die Frage, was ist, wenn ich den jetzt halt privat anschaue? Ich gucke mir den nur mit meiner Partnerin oder meinem Partner an und danach lösche ich ihn wieder. Ist das Urheberrechtswidrig? Überlegen Sie mal. So, wenn Sie es sich jetzt überlegt haben, lassen das Video weiterlaufen. Ich gebe Ihnen immer so einen kleinen Hinweis, ob das strafbar ist oder nicht. Also entscheidend ist hier die Verwertungshandlung der Vervielfältigung. Also wenn ich das auf meinem Rechner vervielfältige, darf ich das? Auch hier gibt es eine Urheberrechtsschranke, also eine Ausnahme, wo ich ausnahmsweise ja Kopien machen darf. Es wäre hier jetzt die Kopie zum Privatgebrauch, Paragraf 53 Urhebergesetz. Und der sagt, ich darf grundsätzlich, darf ich Kopien von geschützten Werken zum Privatgebrauch auch machen. Allerdings gibt es dort auch eine Rückausnahme, die das beschränkt und da steht dann in Paragraf 53 drin, wenn die Ausgangsquelle, von der ich die Kopie ziehe, sozusagen offensichtlich rechtswidrig ist, dann gilt diese Urheberrechtsschranke nicht. So und jetzt können wir davon ausgehen, dass Downloadportale offensichtlich rechtswidrig sind. Dort finden sich ja Raubkopien von Filmen, die noch gar nicht im Kino sind. Und jedem ist auch landläufig geläufig, dass man für kommerzielle Filmprodukte in der Regel eben auch was zahlen muss, wenn man sich die beschafft, entweder über einen Streamingdienst oder, also wie Netflix oder Amazon Prime, oder man sie im Kino anschaut und zahlt mehr dafür. Und deshalb kann man hier von einer offensichtlichen Rechtswidrigkeit der Ausgangsquelle ausgehen. Und damit ist das urheberrechtswidrig. Gut, die Fallvariante ändert sich etwas, wenn A den Film gar nicht runterlädt, sondern streamt. Also das ist dann noch eben die Frage. Das sagt jetzt halt, gut, das ist doch gar keine Vervielfältigung. Ich streame ja nur, das findet sich ja die Radatei dann gar nicht mehr physisch auf meinem Rechner. Dringt der damit bei Gericht durch, wenn er jetzt abgemahnt wird oder werden sollte? Klar, mal auf, was schwierig ist, so ein Streaming überhaupt rechts sicher nachzuweisen. Aber angenommen, das gelänge. Wie ist jetzt hier Ihre Einschätzung? Ändert sich beim Streaming etwas? So, jetzt muss das Video wieder weiterlaufen. Also beim Streaming ändert sich im Grunde nichts. Also man hat ja in einer Zeit in journalistischen Berichten immer gelesen, das sei eine Grauzone, wo ich mich immer frage, bedeutet Grauzone, dass die Journalistinnen und Journalisten nicht intellektuell durchdrungen haben? Es ist also eher eine intellektuelle Grauzone oder es ist eine rechtliche? Und der Paragraf 44a im Urhebergesetz sagt eigentlich, dass auch kurzfristige Zwischenspeicherungen auch Vervielfältigungshandlung sind, vor allem dann, wenn sie eine eigene wirtschaftliche Bedeutung haben. Und auch beim Streaming ist es so, dass Sie zumindest kurzfristig im Cash den Stream zwischenspeichern müssen. Also das wäre genau so eine kurzfristige Zwischenspeicherung. Und hier wird man, zumindest wenn man den 44a restriktiv liest, sagen müssen, dass das Streaming eines solchen Films natürlich eine wirtschaftliche Bedeutung hat. Und damit ist es eine eigenständige Vervielfältigungshandlung, damit auch wieder urheberrechtswidrig. Wir werden das alles in Detail noch besprechen. Es geht jetzt hier erstmal darum, nur sozusagen vom Ergebnis Ihnen etwas schon mal hinzuwerfen, um zu sehen, liegen Sie mit Ihrem Judiz richtig oder nicht. Nächster Fall. Die Nachwuchsköche K1 und K2 fotografieren die von Ihnen gekochten Speisen und stellen die Bilder hiervon dann ins Internet. Also es ist so eine gewisse Agent-Provokateur-Situation, dass hier bewusst Lichtbilder hergestellt werden und ins Internet gestellt werden. Und dann wartet man, bis jemand anders diese Bilder klaut und sich dann im sozialen Netzwerk darüber verbreitet, dass er das selber gekocht hätte oder gebraten hätte. Und dann machen diese Köche eigentlich nichts anderes, dass sie nach ein paar Wochen halt nochmal schauen, wer hat die Bilder geklaut, vor allem in sozialen Netzwerken. Und die werden dann wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt. Ist das zulässig, die abzumahnen? Also ist das urheberrechtswidrig, wenn jemand anders das klaut? Und das gleichsam hier ja so als Agent-Provokateur-Situation von vornherein ja nur ins Internet gestellt wird, um hinterher dann diejenigen, die es kopieren, dann abzumahnen. Was meinen Sie? Ja, aber in dieser Konstellation ist es so, dass es bei der Urheberrechtswidrigkeit verbleibt. Also man kann jetzt nicht sagen, ja die Köche machen das ja nur, um hinterher Rechtsverletzungen abzumahnen. Das ist rechtsmissbräuchlich. So ist es nicht. Also auch hier kann man abmahnen und vor allem die künftige Unterlassung verlangen. Ob es jetzt in solchen Konstellationen daneben auch Schadensersatz gibt, das ist immer ein bisschen schwer zu beurteilen, ob dadurch auch ein Schaden entstanden ist. Also den Schaden muss man dann beziffern. Das kann man landläufig natürlich machen, indem man sozusagen fiktiv den Preis einer entsprechenden Fotolizenz nimmt und verdreifacht den oder wie auch immer. Und kommt dann auf einen bestimmten Betrag, den man als Schadensersatz dann geltend macht. Hier gab es ja auch, um sozusagen Auswüchsen in den Abmahnwellen zu beschränken, gab es dann ja eben auch gesetzliche Beschränkungen, dass man zum Beispiel nur bis zu 100 Euro als Abmahngebühren verlangen kann. Aber auch hier bleibt es nach wie vor so, dass entsprechend bei den Abmahnungen auch Schadensersatz in der Regel verlangt wird. Dazu kommen dann die Abmahnkosten und das gestaltet sich dann in der Regel vor allem für einen Autonormalverbraucher doch sehr teuer, solche Abmahnungen am Ende. So, nächster Fall. Der kleine Unternehmer K. will auf seiner Website interessierten Kunden den Anfahrtsweg zu seiner Firma illustrieren. Und deshalb geht er auf stadtplandienst.de, weiß gar nicht, ob es das Angebot noch gibt oder ob mittlerweile Google über Google Maps alle geschluckt haben und geht dorthin und macht sozusagen ein Screenshot. Ja, also fertigt eine JBG-Datei an, die er auch bei sich zwischenspeichert und diese JBG-Datei, dieser Screenshot von diesem Kartenausschnitt, den lädt er jetzt vielleicht auch bearbeitet mit einer kleinen roten Nadel, dann bei sich auf der Website hoch. Ist das urheberrechtswidrig? Was meinen Sie? Ja, hier wird das Video weiterlaufen lassen. Es ist urheberrechtswidrig, weil es auch eben eine Vervielfältigungshandlung ist, die Sie anfertigen von einem urheberrechtlich geschützten Werk. Also auch Stadtpläne gehören ausdrücklich nach § 2, Nummer 7, glaube ich, Urhebergesetz zu den geschützten Werken. Und dieser Kartenausschnitt ist dann auch geschützt. Das wäre also urheberrechtswidrig. Davon zu unterscheiden, übrigens nicht nur das Kopieren, sondern auch das öffentliche Zugänglichmachen im Internet. Es kann dann beides abgemalt werden. Hiervon zu unterscheiden ist jetzt die Konstellation, dass das gar nicht physisch als Datei, als Screenshot runtergeladen wird. Ich sage immer physisch, physisch ist natürlich auch Quatsch. Und dann wieder selber gepostet wird, sondern dass Sie ein sogenanntes Framing machen oder ein Inline-Linking. Ja, dass Sie einfach sozusagen Google Maps auf Ihrer Seite als Frame einbinden. Und das, was man dort sieht, ist aber eigentlich das Angebot von Google Maps. Ja, das kennen Sie wahrscheinlich. Ja, das Einbinden von Google Maps. Das ist zulässig. Das hat der EuGH gesagt, das sogenannte Framing keine urheberrechtsrelevante Handlung ist. Ja, in Fortführung auch schon früherer Rechtsprechung, auch das BGH in der sogenannten Paperboy-Entscheidung. Wenn Sie etwas nur verlinken im Internet, ist das keine eigene Zugänglich-Machungshandlung. Weil das sozusagen, was im Internet ist, bleibt in der Integrität ja unberührt und wird ja schon zugänglich gemacht im Internet. Und das bloße Verlinken oder auch hier das Framing als Einbindung ist kein erneutes Zugänglich-Machen dessen, was im Internet ja schon zugänglich ist. Also das ist wiederum dann erlaubt. Das sogenannte Framing, Inline-Linking oder auch das Verlinken auf Inhalte ist grundsätzlich urheberrechtlich okay. Gut, nächster Fall. Doktorand Theodor von und zu G-Punkt hat wenig Zeit für seine Promotion. Er kopiert daher zahlreiche Textpassagen aus anderen Fachbeiträgen. Ändert mal ein Wort, also vielleicht statt, wenn im Original und steht, schreibt er dann halt so wie. Und am Ende sagt er sich, naja, das habe ich jetzt schon geklaut. Jetzt mache ich vielleicht eine Fußnote dran und sag schon, wo ich es her habe. Und schreibt noch Vergleiche auch dazu. Und dann gibt er den Autoren des Originaltextes an. Ist das urheberrechtswidrig? So, auch hier ist die Antwort, in der Regel ist es urheberrechtswidrig. Es sei denn, es ist noch, haben wir vorhin schon angesprochen, von der Urheberrechtsschranke des Zitatrechts gedeckt. Das Zitatrecht aber, um es nochmal deutlich zu sagen, ich will es deshalb ein bisschen hervorheben, weil Sie alle ja noch eine Bachelorarbeit schreiben müssen. Und da wird Sie das gleiche, die gleiche Problematik beschäftigen. Was ist noch zulässiges Zitat und was geht darüber hinaus? Es ist nicht zulässig, ganze Textpassagen einfach zu kopieren und sich dadurch eigene Aufwendungen zu ersparen. Das geht nicht. Sondern Sie dürfen auch vom Umfang her immer nur so weit zitieren, wie es notwendig ist, zum Beleg, zur geistigen Auseinandersetzung mit Ihrer eigenen, im Rahmen Ihrer eigenen Arbeit. Nur insoweit ist es erlaubt. Nicht, um sich eigene Aufwendungen zu ersparen. Also in dem Sinne, dass man sagt, ach, da steht es doch schon. Was soll ich denn das Rad neu erfinden? Ich übernehme jetzt einfach mal diesen Einleitungstext. Der klingt doch toll. Und dann schreibe ich auch unten, wo ich es her habe. Das reicht nicht aus. Also das wäre dann urheberrechtswidrig. Und vor dem Hintergrund wurden ja auch ganz viele Arbeiten von Politikerinnen und Politikern, also denken Sie an Frau Koch-Merin, an Frau Schaban oder an Herrn von Gutenberg und ich glaube auch Schatzi Merkakis von der FDP. Es gibt so ein paar Fälle dann eben als solche urheberrechtswidrigen Plagiate identifiziert. Wobei hier in der Regel gar nicht so sehr das Urheberrecht entscheidend ist. Sondern Sie haben einfach nicht nach den wissenschaftlichen Standards auch gearbeitet, weil Sie ja keine eigenständige Leistung erbracht haben, wenn Sie Fremdleistungen einfach übernehmen in Ihr Werk. Und das ist dann meistens entscheidend für die Aberkennung von Doktortiteln oder auch die Aberkennung eines vormals formal erworbenen Bachelors oder eines Masters. Gut, nächster Fall. Fotograf F bemerkt, dass Google im Rahmen der Bildersuche Bilder seiner Website verkleinert, als Suchtreffer Thumbnails anzeigt. Also das, was Sie normal kennen, wenn Sie bei Google auf die Bildersuche gehen, dann haben Sie dort ja die Wiedergabe von Bildern. Die sehen Sie dann schon direkt bei Google als Thumbnails verkleinert. Und die Frage ist dann halt, ja wieso darf das Google eigentlich? Warum darf denn Google, erinnern Sie sich an den Stadtplandienst.de-Fall von gerade, warum darf denn Google jetzt bitteschön das machen, dass Sie mit Ihrem Crawler oder Robot durchs Internet gehen und Bilddateien dann mehr oder weniger grabben, als Thumbnail auswerfen und bei sich in der Bildersuche wiedergeben schon. Warum dürfen die das? Warum dürfen die nicht nur verlinken mit einem Linktext auf Bild 1 zum Thema, Bild 2 zum Thema, Bild 3 zu dem? Und dagegen wurde auch schon geklagt mal und das wurde vom BGH auch verhandelt, dieser Fall. Und überlegen Sie mal, handelt Google urheberrechtswidrig, wenn sie in der Bildersuchmaschine jetzt schon urheberrechtlich geschützte Bilder verkleinert als Thumbnails wiedergibt? Ja oder nein? So auch hier schon mal die Kurzauflösung. Und hier sagt der BGH im Grunde, nein, Google handelt nicht urheberrechtswidrig. Was natürlich so ein bisschen komisch ist, warum handelt denn Google bitteschön nicht urheberrechtswidrig? Vielleicht schauen wir uns dazu nochmal abschließend jetzt hier diese Konstellation an. Also wie ist das denn? Haben wir ein Werk oder eine schutzfähige Leistung? Ja gut, das sind Lichtbilder. Manchmal haben wir sogar Lichtbildwerke sicher, die da wiedergegeben werden. Da haben wir das schon, eine urheberrechtliche Leistung. Ist es ein amtliches Werk, eine Schutzdauer bei solchen Fotografien? In der Regel nicht, ja. Auch wenn es jetzt nicht so lange zurückliegende Lichtbilder sind, dann ist die Schutzdauer ja auch noch nicht abgelaufen. Also ist die Nutzung eigentlich nicht frei. Kann der Fotograf sagen, ich kann die kontrollieren. Ja, nächster Punkt. Ist denn das, was Google damit macht, ein gesetzlich definiertes Verwertungsrecht? Kann man schon sagen. Also wenn es technisch so abläuft, dass Sie mit Ihrem Robot oder Crawler sozusagen durch das Internet gehen, die Dateien abgreifen, physisch speichern im Cache, daraus dann die Thumbnails generieren und die wieder auswerfen auf der eigenen Bildersuchseite, dann stellt es zumindest eine Vervielfältigung und eine öffentliche Zugänglichmachung dieser Bilddatei wieder dar. Ja, so und dann ist die nächste Frage. Ja, ist jetzt das, kann sich Google vielleicht berufen auf eine gesetzliche Urheberrechtsschranke, die Ihnen das erlaubt? Da könnte man vielleicht überlegen, naja, ist es vielleicht ein Zitat, was Google macht, indem sie die Bildersuchtrefferanzeige macht? Wahrscheinlich auch eher nicht, ja, weil das Zitat geht ja auch nur im Rahmen einer eigenen geistig-schöpferischen Leistung und vielleicht sogar einem Datenbankwerk, ja, aber das ist auch schon sehr zweifelhaft, ob das hier gegeben ist. Auch die Belegfunktion ist aber im Zitat hier eigentlich kaum gegeben. Also mit den Urheberrechtsschranken kann man sich auch schwer tun. Also ist doch dann die Frage, naja, kriegt dann der Fotograf nicht recht gegen Google? Und da sagt der BGH Nein, und zwar deshalb, weil er gleichsam fingiert, dass jeder Nutzer, dem ja bewusst ist, dass es Google gibt oder dass es Suchmaschinen gibt, und dass jeder Nutzer, der Bilddateien ins Internet stellt, grundsätzlich zustimmt, dass Suchmaschinen diese Bilder als Dateien aufnehmen und wieder im Rahmen ihrer Suchmaschine auswerten können. Und dazu wird sozusagen konkludent, schlüssig eine Lizenz erteilt, immer schon dann, wenn Sie die Bilddatei ins Internet stellen. Argumentation auch, weil wenn Sie das nicht wollen als Nutzer oder als anderer Anbieter, der das ins Netz stellt, dann müssen Sie sozusagen im Quellcode so einen Robottext hinterlegen, damit das nicht ausgelesen wird von Suchmaschinen. Und wenn Sie das nicht machen, dann stimmen Sie sozusagen schlüssig oder konkludent zu, dass Google diese Dateien für die eigene Bildersuche verwenden kann. Also so die Lösung des BGH. Auch hier kann man vielleicht ergebnisorientiert immer so ein bisschen denken, naja, vielleicht war auch da die erste Lösung in der Kantine des Bundesgerichtshofs die, dass man gesagt hat, ja, wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt dann morgen keine Bildersuche mehr hätten. Ja, das ist auch vielleicht eine etwas pragmatische Lösung gewesen, aber wie dem auch immer sei, man kann das ja befürworten oder auch nicht, das ist die nun gängige Auslegung seither. So, jetzt gibt es hier abschließend noch so einen etwas komplexeren Fall. Sie können das Video ja gerne anhalten und sich den Text mal durchlesen. Ich will das jetzt nur frei extemporieren. Was ist eigentlich, wenn Sie in ein Museum gehen und machen dort von Rembrandts und von anderen Exponaten, wo der Maler oder der Fotograf schon 70 Jahre tot ist, fotografieren es einfach ab und sagen Sie, ja, wir sind ja schon 70 Jahre tot, die Künstler. Mache ich einfach selber mal ein Foto und stelle es ins Internet. Geht das oder nicht? Und vielleicht haben Sie dann da auch im Museum gesehen, da gibt es dann auch noch so eine Fotografie-Sammlung, die dort ausliegt. Die nehmen Sie einfach mit, die Bilder und scannen die dann ein und stellen Sie zu Hause dann auch online mit Wikimania über eine CC-Lizenz ins Internet. Geht das? Oder kann hier sich das Museum gegen beide Handlungen wehren? Antwort des Bundesgerichtshofs. Ja klar, wenn der einfach nur Fotografien mitnimmt und die dann einscannt und ins Internet stellt, dann gilt da ja der Lichtbildschutz. Haben wir ja vorhin besprochen. Nicht nur Werke sind geschützt, sondern auch Lichtbilder. Und auch die Lichtbilder von bereits abgelaufenen, Schutzdauer abgelaufenen alten Werken, sind die Lichtbilder wieder ihrerseits urheberrechtlich geschützt. Da gilt der normale Lichtbildschutz 50 Jahre nach erst erscheinen. Und der zweite, noch interessantere Fall, was ist jetzt, wenn der Museumsbesucher oder die Besucherin selber das Foto herstellt und sagt, gut, mache ich halt selber ein Bild von dem alten Exponat. Kann ich sowas untersagen als Museum? Ja, das geht auch. Allerdings nicht durch das Urheberrecht, sondern einfach durch Ihre AGB, durch Ihre Nutzungsbestimmungen, die Sie den Besucherinnen und Besuchern dann auferlegen können. Wenn Sie eine Eintrittskarte kaufen, dann können Sie entweder auf der Eintrittskarte selber auf die AGB hinweisen oder auch die aushängen und damit dann auch die Bestimmungen sozusagen im Rahmen dieses Besuchernutzungsvertrags, des Museumsbesuchers mit dem Museum, als Bedingung wirksam vereinbaren, dass keine Fotografien hergestellt werden dürfen von den Exponaten. Und auf diese vertragliche Regelung können Sie sich dann auch berufen, also gleichsam auf Vertragsverletzung, wenn trotzdem Bilder gemacht werden und die dann ins Internet gestellt werden. Dann können Sie das auch sozusagen über diese wirksamen vertraglichen Bestimmungen dann auf Unterlassung klagen und das dann durchsetzen. Also das auch hier sozusagen die Kurzlösung des Falles, der, wie Sie sehen, erst im Dezember 2018 entschieden worden ist. Ich werde Ihnen das auch nochmal ins DigiBoard stellen. So, und das war es jetzt eigentlich auch schon in dieser Dreiviertelstunde, dass wir uns erstmal einen Überblick über die Systematik des Urheberrechts erarbeitet haben und wir gehen dann beim nächsten Screencast en Detail in unseren ersten wichtigen Punkt. Was sind denn jetzt geschützte Werke? Wann hat denn ein geschaffenes Gemälde oder auch ein geschaffener, geschriebener Text oder auch eine Musik im Sinne einer Tonfolge? Wann hat sie denn jetzt Urheberrechtsschutz und wann eben noch nicht? Bis dahin!